ja hallo und herzlich willkommen zum info video und zwar heute geht es um den revolution real life server wie ja schon ein paar abonnenten von euch wissen von mir dass ich einen eigenen real life server habe also smp real life server wo am tag so 40 spieler minimum darauf sind ja wie gesagt das ist nur ein kurzes info video über den server da wir jetzt ein neues skript haben und seit mal ein skript das wo ziemlich lustig ist und viele features hat natürlich gibt es auch nur ein zwei drei kleine bugs sie werden aber natürlich so schnell wie möglich jetzt gefickt in den nächsten updates und ja wie gesagt wie gesagt checkt uns aus homepage ist www.gta-revolution.de wir freuen uns auf euren besuch und ja in den nächsten videos werden auch ein paar info videos über den server kommen über die jobs und 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 wie gesagt checkt uns aus wir haben neue jobs wie zugfahrer und solche sachen werden natürlich auch noch mehr kommen wie geldtransporter und tracker aber wie gesagt besucht uns checkt den server aus unten in der beschreibung gucken dass server ip team speaker ip und natürlich homepage drinnen gesagt das war's von mir euren razer bis zum nächsten video ciao